Faul! Schweibel! Faul! Schweibel! Rote Karte! Abseits! Gleiche Höhe! Pitzige Debatte! Alle diskutieren wieder über Fußball. Genau deshalb habe ich die Big Mac Methode entwickelt. Die Big Mac Methode schlichtet jede Fußballdebatte. Erst Big Mac, dann wieder einer Meinung. Denn beim Big Mac sind sich alle einig. Ba-da-ba-ba-ba! Probieren Sie die Big Mac Methode! Nur bei McDonald's. Nur bei McDonald's.